Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich weiß nicht, ob ihr meine erste Runde mit Caleb gesehen habt. Ich fand mich recht gut. Hat Spaß gemacht. Deshalb versuchen wir es direkt nochmal. Das ist gar deutlich zu spät. Oh yeah, T-Bag me! Das wird eine interessante Runde, liebe Freunde. Ich habe M1 gedrückt. Aber okay. Wir kriegen vielleicht einen Palts. Und ich bin hängen geblieben. Das Gute ist ja... Ich muss Paletten kaputt machen. Für eine Archivaufgabe. Wobei das Archiv ja schon ewig zu ist. Aber... Ich habe da noch so Rester. Und da muss ich Paletten und Generatoren... ...treten. Hey, es ist weitergerannt. Ob da was gehört. Gems treten. Wahrscheinlich wird dort hinten der Generator auch bald angehen. Wieso hat das nicht getroffen? Das finde ich jetzt schon ein bisschen unfair. Gut, dass das nicht getroffen hat. Weil ich hätte ihn hier gar nicht durchziehen können. Ich habe einfach... Das war ein Reflex. Ja! So. Zwei Generatoren haben sie noch. Good game. Good for you. Bad for me. Ey, das wärst du dumm mit deiner Palette hier wieder. Ist schon ein bisschen nervig. Lass mich nicht nochmal baiten. Nicht mal das treff ich. Holy... Ey, es hat einen Schlüssel. Könnte das sein? Wer hatte da was mit seinem Essen in der Hand? Ach, die sind alle hier, ne? Oh boy! Könnt ihr nicht einen armen, kleinen Anfänger in Ruhe lassen? Was? Ist da ein Steinchen geworfen? Ist hier jemand ein Steinchen geworfen? Wow. Da drüben ist... Adam? Das ist mir ein bisschen zu viel los hier. So, seid ihr jetzt hier alle mit runtergekommen? Oder... Wo seid ihr jetzt? Keine Ars! Puh. Puh. Ich... Er war ein bisschen leise, weil... Concentration. Ach, die haben sich sterben lassen. Jetzt wo Fang unterwegs war. Wie doof. Guckt mal, Leute, ich krieg Kills. Ich bin ein richtig guter Caleb. Caleb! Caleb macht Spaß! So, aber Fang holt sich halt jetzt den Schlüssel von Ace. Bin ich mir recht sicher? Wenn ich ein guter Caleb wäre, könnte ich jetzt schießen. Das ist ja gar nicht hierher gerannt. Ups! Hast du einen Schlüssel? Nee, du hast keinen Schlüssel. Und du? Ah, nee, warte mal. Nee, lass ich mal. Ernsthaft in den Schrank? Hat sie nicht gehört. Ist nicht im Schrank. Ist nicht im Schrank. Ach. Und ihr Deadheart hat sie schon genutzt. Jetzt müsste ich sie halt nur noch treffen. Wo war jetzt Nea? Ich hab nicht aufgepasst. Nia, ich hab nicht aufgepasst. Nia hat's grad knallen lassen, aber ich hab nicht aufgepasst. Hat sie ihn beim Heilen? Ich sehe sie nicht mit Barbecue. Ich glaub, das war ein Loslass-Skillcheck, die Arme. Was ist so ein Deadheart? Cool! Yay! Easy! Nein, ich ähm... Ich versuch mich gar nicht hier irgendwie zu erklären. Das ist mir relativ priviert. Ähm... Ich hab sie halt in den Keller gehangen. Und dann waren alle im Keller. Dann haben sie halt einen auf den Deckel bekommen. Und dann hab ich noch jemanden im Keller gehangen. Und dann... Ist ja jetzt mein Problem. Ich bin der Killer. Du musst das doch tun! Yay! Vier Tote! Die haben doch richtig reingeschissen am Ende. Am Anfang haben die so schnell die Generatoren durchgezogen. Am Anfang wurde ich direkt geteabackt. Und dann sind sie alle tot. Ha! Könnt ihr mal sehen. Ich mein, so viele Punkte hab ich jetzt auch nicht. Aber... Ich hab alle tot. Ja... So. Also... Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Ähm... Ich habe diese Folge übrigens schon am 24. April aufgenommen. Ich weiß, es gab Patches, blablabla. Das hab ich schon 10.000 Mal gesagt in meinen Videos. Sei es so. Sei es drum. Wie auch immer man das sagt. Macht's gut, ihr Lieben. Adieu. Tschüssi. Bleibt gesund. Bye-bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye-bye. zwei, zwei, fünf Uhr.